So, Play Game. Ähm, Schuss in Island? Was? Nein, warte, äh, Right Click or Left Button for Coop. Ich hab Left für Coop gemacht. Oder Right. Right, ja. Coop Settings. Enter Password for your game or leave this field empty to join a random game. Ich hab hier Holase eingegeben und er wartet jetzt auf ein Spiel. Moment, Moment. Holase. Connect to Server. Nest Located. Stümmel im Getümmel hier. Oh, ich werd verrückt, das geht ja. Es klappt sogar. Oh, ich bin... Ich hab den Kopf im Sand. Joach. Use Arrow Keys. Oh. Warum hast du so... Warum wird dir angezeigt, dass du Arrow Keys benutzt? Guck mal, hier ist ein Nemo. Oh, ich hab Nemo eingesammelt. Some Bugs may... Some Bonuses may disappear over time. Ey, so ich bin dieser coole Strauss hier. Ja, ich bin der andere Strauss. Hallo und herzlich willkommen zu, ähm, Ostrich Island. Und ja, man, ähm, spielt ein... Ich ertrinke. Ich bin dann... Lost in life. Ich bin wirklich ertrunken, Scheiß. Haha, du Arsch. Was machst du da für ein Scheiß? Du musst deine Ansage noch weitermachen. Ja, genau. Ostrich Island. Wir spielen einen Strauss, wie der Name schon sagt. Ostrich ist ein Strauss, dachte ich. Ja. Und, ähm... Hat das Spiel ne Story? Hat das Spiel ne Story? Ja, weiß ich nicht. Die Animation ist so viel. Haha, hui. Ich mein, das hat sogar ne Story. Irgendwie soll man, glaub ich, von der Insel runter oder so. Gut. Ähm, hier... Hier sind überall Schilder, da steht... Oh ja, hier steht... Mouse Wheel to Zoom. Oh, warte, wenn du hier die Straußeneier einsammelst, dann gibt's Punkte. Ja. Ja. Super Ton dabei. Jus Maus Wheel to Zoom Camera. Ah. Oh, ich hab das Schild gekickt. Und du hast... Da kommen Punkte raus. Ich kann nicht... Wie kannst du... Wie kannst du... Wie kickst du? Hör auf, mir die Federn auszureißen. Auf E. Und auf Q kannst du den Kopf in sein stecken. Haha, ich hab dich gekickt in der Kopf, sonst dir kommen auch Punkte raus. Wir lassen alles kicken hier, oder? Ich muss erst mal... Hier ist noch so ein Ei. Ich hab mich versteckt. Geh nicht zu tief, der Reiner, der trinkst du. Ich kann eh nicht schnell laufen da drin. Was steht auf diesem Schild hier? Collect as many eggs as you can and escape to the next island. All the eggs and collect the builds you discover can be found in the nest. Oh, ich hab nen Baum gefällt. Press Shift Run. Okay. Oh nein, die Marienkäfer. Kaputt. Die kann man auch kicken, die Marienkäfer. Oh nein, die Marienkäfer. See the strange spot in the sun ahead. Press Coo to check out, wo's hinten da. Oh man ey. Be careful when stepping into portal. Oh, hier ist ein Portal. Ich hab eine Kamera gefunden. Was? Der hat in diesem Sand steckt der hier. Kannst du den Kopf reinstecken und da war dann eine Kamera drin. Warte, Tee? Ich hab ein Rootlet gefunden. Oh, mit Tee macht man Fotos. What do you like it? Wir haben keine Kamera. Wie hast du die denn gefunden? Die ist hier an diesem hellen Spot hier in dem Sand. Das ist doch hier so dunkler. Da musst du den Kopf reinstecken. Ich hab aber irgendwas anderes gefunden. Hm. Dun 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 dun. Hier ist noch so ein Spot. Der hat meine Kamera gefunden. Haha, da kann der Marienkäfer raus. Safe. Your phone is Sandworm. Be careful when stepping into portal. Do not use it in case of smoker fire. Du kickst da irgendwas und wieder fliegen einen Punkt dazu. Ich mach alles kaputt. Ich hab eine Schatzzool gefunden. Was ist das hier? Ein Fliegenbild? Island Complete. 30% Double Points. Try to kick everything. Chests. Design. Nein. Klar, alles kicken. Warte, hier die Palme kann man auch kicken. Klar. Ich kick ja die andere Palme. Das sind... Ich hab eine Banane gefunden. Yeah. Das war eine Bananenpalme. Ich hab eine Seestern gefunden. Oder so eine Muschel. Muschel, Muschel. Was ist das hier? Press Space to Jump. Okay, kick. Kicken will's go good. Da kommen Punkte raus. Jedes Mal wenn ich kicke. Oh Jo, da ist doch ein Ei. Und oben ist das oder? Warte, wie oft kann ich das hier kicken? Da kommen immer Punkte raus. Boah, da sind hier voll die Mörder Seifenblasen. Alter, kann man irgendwie schneller kicken? Das dauert ewig. Was ist das? Ja, ich bin hier oben. Oh, ich hab was zum Geil versteckt gefunden. Warte auf mich. Oh nein. Hilfe, ich sterbe. Du verlierst schon wieder ein Leben. Hier. Bist du. Ich bin hier drüben und kicke Fliegenpilze. Nein. Oh Mann, ist das awesome. Ist da oben noch irgendwas tolles? Da hinten sind ganz viele Seifenblasen. Lass mal hin. Press E to kick trees. Ich denke, wir sollten uns damit eine Brücke bauen. Hier oben sind ganz viele Schilder, warst du da schon? Ne. Lass mal jetzt schon eine Schilder. Ich will wissen, was du drauf stellst. Da steht drauf, Lucky ist doof. Ja, das glaube ich auch. Du musst so seitwärts die Wände hochspringen, dann geht das. Ja? At the end of each island, you will receive experience points. Bla bla bla. Da kann man's skillen. Ja. So, go, go, go. Warte, hier unten ist noch was. Warte, hier unten ist noch was. Warte, hier unten ist noch was. Oh, ich bin am Ziel. Ja, warte, warte. Ich habe ein Archiv mit anlogged. Ich habe ein goldenes Ei. Ne, Startschule gefunden. Ne, Quatsch. Triple points. Oh, wir haben nur 63% gefunden. Ne, warte, hier ist noch was. Oh, er hat eine heiße Schnecke. Komm mit. Eine complete. Irgendeine Mucke dabei. Oh mein Gott. Das ist das beste Spiel der Welt. Good start. Continue. Don't miss a golden chick if you want. pummelung. Yeah, so. ich habe gar nichts eingetippt ach das ist der kurser verlose face bank den dönden 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 nein warum das denn nicht nicht eher keine ahnung wieder auf oder was nochmal wie zu und wieder auf restart island mache ich mal so noch mal waiting for you perfect match denn der im durmdamm der im dörmdamm der im dörmdamm der mdm der im dörmdamm gogogo ich komme nicht auf dann mache ich mal return to map das hat auch vorhin so gut funktionieren friends only habe ich hier drin stehen erster aber ich weiß ich habe etwas verkehrt gemacht jetzt nochmal jetzt klappt das was machst du dann verkehrt ne ich hab immer bei dieser Auswahl kannst du ja links oder rechts klicken naja muss das Ding an okay ich bin da einsteig Kopf im Sand warte mal ich muss mal was gucken hier kann man nämlich was man kann auch irgendwie Hüte aufsetzen oder Quatsch kann ich nicht will ich aber warte hier wir müssen auch mal ein Gruppenfoto machen Foto machen? ja klar da kann man was runter wo ist ein guter Spot? du musst dich neben mich stellen ich mach jetzt ein Foto wie ging das nochmal? Tee glaube ich oh ja das hat ja nur mich drauf ja ich muss ein bisschen zur Seite so oh ja ein bisschen dunkel warte jetzt noch Kopf im Sand toll ich hab den Himmel fotografiert bei mir ist auch nicht viel drauf aber passt schon so Kete, Trecher, bla 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 wir müssen den Key finden ey da ist was voll glänzendes hier da lass mich da geht's nicht hin wir kicken hier aber grundsätzlich zur falschen Seite ah das stimmt eine Brücke bauen ey das ist ganz schön schlau hier ich hab einen hier der passt mann hast voll daneben gekippt jetzt komm ich aber nie wieder da raus ich hab ein piece of a treasure map gefunden ich collect zwei mehr um treasure zu oh jetzt ich hab nen Hebel getreten ey guck mal da hinten du hast den Hut wow ich will den Hut haben ich will den Hut du hast grad nen Hut auch freigemacht wo? ich will dahin lass mich hier raus ich glaub wir haben das Spiel jetzt kaputt gemacht dieses Level warte mal bleib mal stehen nene 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 doch nene aha 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 du kannst auf den Hebel springen da ist hier der Hut ich hab ihn ich wollte den Hut haben visit nest to equip und un equip okay ah wir müssen gleich ins Nest ja gleich ins Nest unbedingt ja du hast vergessen Bäume zu treten wer du wo beitreten Bäume treten da hinten auf der Insel auch Bäume treten ja ich muss doch hier noch sammeln will auch nen Hut haben oh nein ich bin ertrunken wie dumm ist das denn hier ist nen Hut ich hab auch nen Hut gefunden welche Farbe hat dein Hut? ich weiß nicht so irgendeine komische Schatzfarbe ach so so ein Strohhut oder so genau wirst du sagen wo ist ne Truhe im Wasser? oh ich bin so imba double points was ist los? ich hab ein Foto ich will auch lass mich hin du stehst drauf boah ein neuen Skin ist das neuer Skin nice yeah hier gibt's auch noch hier du hast ein Ei übersehen ne das hab ich schon ich glaub jeder hat so ein also halt sein eigenes Loot ja ok ich hab ja auch nen Hut gekriegt oh man kann angeln wo? ja nur einfach Kuh drücken wenn du im Wasser stehst ich hab eine ich hab irgendeinen Trashcan gefunden super wohl hier ist ein Ei oh und ich bin tot oh nein ich hab aber ich hab ein Ei gekriegt das war's das war's wert nicht FOREB picture es ist Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Oh, dann haben wir ja alle drei jetzt. Und wo ist die Chest? Keine Ahnung. Oh, ist eine Krabbe. Ich werde dich töten. Lost a life. Was? Man darf keine Krabben anlaufen. Hier ist übrigens wieder so eine Statue. Egal, hier ist eine Krabbe. Die tötet mich. Eckbär hat Lost... Toll, wie komme ich hier wieder weg? Na, klasse. Unten sieht ja komisch aus. Hä? Du finischt. Ich wollte doch drüber gehen. Ja, wahrscheinlich ist da das Ziel. Ach, das ist schon dann die innere Insel. Aber du hast ja... Ich dachte, das wäre so ein Checkpoint oder so. Und dann geht es da hinten auf der anderen Insel weiter. Ja, keine Ahnung. Level up. Moment, da komme ich auch mal hier. Jetzt lass uns mal ins Nest gehen. Und dann uns einkleiden. Unbedingt. So, Level up. Continue. Level up. Nest. Okay. So, ich bin im Nest. Ich auch. Ja, hier sind ganz viele Eier. Ach, kann man da auch wieder Rechtsklick machen? Wo kann man denn hier Hüte aussetzen? Hm. Ähm, kapierst du das gerade? Ja, du kannst gegen den Schrank treten. Ach, das ist ein Schrank. Das soll ein Schrank sein. So, dann setze ich erstmal den Hut auf. Und den Lizard Skin. Kann ich weiblich sein. Oh, dann kann man auch den Schwanz verändern. Wie im echten Leben. Ja, manchmal ist er groß, manchmal klein. Ähm, wer wird, kann man hier noch machen? Was ist dieses Portal? Ach. Das Portal ist einfach in der Abkürzung. So, und was kann man hier noch machen? Weiß er nicht. Ich gucke auch so ein bisschen. Liegt irgendein Bild rum? Sind ein paar Teleporter. Eck-Converter, not installed. So, jetzt. Fifty Shades of Grey. Ostrich Vision, Fifty Shades of Grey. Was ist das denn? Ja, hier. Ich glaube, das sind irgendwelche Filter, wenn man die gef... Game... Ah, genau, warte. Wenn du 100% completed hast, oder 50% oder so, dann kannst du hier diese... diese Filter aktivieren, oder so. Aber dann haben wir noch keinen. Na gut, ich geh mal hier runter. Duke.